Herzlich willkommen zu einer weiteren Visual Basic 2010 Tutorial Ausgabe. In diesem Tutorial werden wir das Thema Updates behandeln und zwar eine Funktion dafür schreiben, die uns das Updating erledigen soll bzw. das Programm auf Updates überprüfen soll. Wie immer fangen wir sofort damit an. Aber erst werden wir natürlich erstmal schauen, ob Internet verfügbar ist. Das habe ich bereits in einem Tutorial veröffentlicht, wie das so geht. Das mache ich jetzt aber nochmal. Das geht ganz einfach. Test Internet Connection. Nennen wir jetzt mal ganz einfach die Funktion. So. Dann schreiben wir dem Ping es newnet.networkinformation.ping. Damit erstellen wir jetzt einen neuen Ping. Eine Anfrage, die wir senden an einen Server. Was ein Ping genau ist, habe ich bereits in dem Tutorial bezüglich dies erklärt. Und ja, deswegen machen wir jetzt direkt weiter. Ping.send. Und den Ping senden wir an google.de. Denn ihr könnt euch zu 99,9% sicher sein, dass Google die Server von denen on sind. Also das ist zu großer Wahrscheinlichkeit so. Denn andernfalls, wenn es nicht so wäre, beispielsweise wir senden das testweise an, keine Ahnung wohin und der Server ist gerade nicht online, gibt uns diese Funktion logischerweise auch ein. False zurück. Und naja, das kann dann natürlich auch passieren, trotz dass wir Internet haben, aber das wollen wir ja nicht. So, hier müssen wir dann noch return true hinterschreiben. Also wählt hier oben am besten einen Server, beziehungsweise eine Seite, die höchstwahrscheinlich online sein wird, sonst ist das relativ sinnlos. So, dann erstellen wir die Update-Funktion selbst. Die nennen wir dann beispielsweise runUpdate. Natürlich mit einem Sub davor. So. Das, also der ganze Update-Prozess soll natürlich im Endeffekt nur dann passieren, wenn unsere Funktion da unten, also hier oben, true wiedergibt. Das heißt, wenn Internet verfügbar ist, andernfalls soll der Update-Vorgang halt irgendwie eine Message-Box erscheinen, dass es nicht möglich ist, aufgrund dessen, dass kein Internet verfügbar ist. Aber das machen wir dann halt jetzt. If testInternetConnection, nämlich die Funktion, den Wert true zurückliefert, dann soll versucht werden, eine Variable festzulegen, in der die Versionsnummer enthalten ist. DimVersionString schreiben wir dafür ganz einfach. Ich nehme dafür jetzt kein Integer, kann man natürlich auch nehmen, aber ist ja auch nur ein Beispiel. Wie ihr das im Endeffekt gestaltet, bleibt natürlich euch überlassen. Dann kopiere ich mir mal einen Link aus meinem aktuellen Projekt. So, ja, das funktioniert jetzt noch alles nicht, das wird sich gleich alles in einer, in einem Zeiler klären, warum das jetzt noch nicht geht, aber dazu erst später. Dann müssen wir diese Version in ein Integer umwandeln, aber naja gut, dann können wir das lieber doch hier als Integer deklarieren, dann sparen wir uns das Umwandeln. Dann machen wir es dann halt doch so. So, if version größer als der Text aus der LBL-Version.textlabel, also aus diesem Label, wenn die Version größer ist als der Text des Labels, beziehungsweise in Integer konvertierte Text, dann soll letztendlich versucht werden abzudaten. Das ist jetzt alles ein bisschen doof angepasst mit dem Try. Man sollte eigentlich niemals innerhalb eines Try-Blocks noch einen Try-Block verknüpfen, das ist halt nicht immer so gut. Naja, also erstmal für ein Beispiel ist das aber vollkommen okay, denn hier geht es ja letztendlich darum, wie man updatet und nicht wie man diese Try-Blöcke letztendlich einsetzt. Dann müssen wir noch einen Pass, also einen Pfad festlegen, was denn gedownloadet werden soll, wenn die Version halt, die neuere, verfügbar ist. Nehme ich diesen Link als Beispiel. Sollte natürlich auch immer online sein, sonst kann er das nicht downloaden, aber wie das dann im Endeffekt nachher ist oder was ihr da am besten benutzen könnt, wird auch noch behandelt. Hier müssen wir jetzt angeben, was gedownloadet werden soll, also den Pfad. Und dann müssen wir noch reinschreiben, wohin das denn gedownloadet wird. Das wird dann gedownloadet im selben Ordner. Das kriegen wir durch Application.StartupPath raus. Das müssen wir natürlich verknüpfen, weil es ein String ist. Macht man immer mit uns bei einem String. Schrägstrich Update etc. pp. Wenn wir nämlich jetzt Application.StartupPath und den Excel-Namen nehmen würden, dann würde das nicht funktionieren, weil unsere Excel dann momentan nämlich in Verwendung ist und somit nicht überschrieben werden kann. Somit würden wir direkt wieder einen Fehler kriegen. Also, um das nochmal zu verdeutlichen, so würde das nicht gehen, aus dem gerade genannten Grund. Dann schreiben wir ganz einfach MessageBox ein Update. Wurde erkannt und heruntergeladen. Kann man natürlich auch noch verknüpfen mit einer MessageBox, wo dann erst abgefragt wird, ob er das denn herunterladen soll. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der User das will. Falls etwas schief läuft, geben wir uns das Error als ein String zurück. Das heißt, wir haben hier jetzt XsException deklariert. Das ist unsere Fehlermeldung, die das wiedergibt, wenn etwas passiert. Und die müssen wir logischerweise einem String wiedergeben, da eine MessageBox diesen erwartet. Somit gibt er uns dann den Fehler aus. Fürs Erste schreiben wir dann hier jetzt ganz einfach Nothing rein. Aber eigentlich, wenn dieses Internet hier oben vorhanden ist, dann, naja, vergesst es ganz einfach. Wir machen es direkt so weiter. Jetzt brauchen wir natürlich einen Klienten namens Web. Das geht ganz simpel, denn wir brauchen halt einen Klienten, der uns das downlädt, also herunterlädt. Und dafür schreiben wir dann ganz einfach in der ersten Zeile dem Web-as-New-Net-Web-Klient. Damit deklarieren wir jetzt unseren Klienten, der das dann runterladen kann. Und dann müssen wir normalerweise noch, oder logischerweise noch ein Label erstellen, was die momentane Version erhält. Enthält so. So, Label, wo bist du? Da. Das nennen wir dann, wie unten angegeben im Quellcode, LBL-Version. Und schreiben da eine Versionsnummer rein, die der dann letztendlich vergleichen kann. Die kann so aussehen, je nachdem wie er das möchte. Die kann aber auch so aussehen. Der vergleicht halt, ob die Zahlen, die hier angegeben sind, größer sind, als die, die er runterlädt. Naja, könnt ihr ja selber ausprobieren. Dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ähm, soweit haben wir das dann alles. Und um das letztendlich zum Funktionieren zu bringen, ist, jedes Mal, wenn ihr hier in der Programmierumgebung, also Visual Studio, etwas an eurem Programm verändert und möchtet, dass der User ein, halt ein Update bekommt, müsst ihr dann hier reinschreiben, dass es jetzt zum Beispiel Version 1.0.1 ist. Dann euren Dropbox-Account öffnen, wo ich euch nachher noch mehr zu sagen werde. Ich öffne jetzt erstmal meinen. Da sind halt auch die Updates sämtlicher Programme, die ich gemacht habe, drin. Aber naja, erstmal ist egal. Wir haben jetzt Bauern-Scart in diesem Beispiel genommen. Hier ist diese CurrentVersion.txt, die er sich herunterladen soll. Da kann man ganz einfach drauf rechts klicken, dann unter Dropbox im Kontextmenü gehen und dann Copy Public Link. Und das können wir dann ganz einfach hier reinschreiben. Das ist dann nichts anderes als das, was ich da vorher drin hatte. Denn das ist die Textdatei, wo er sich den String nur davon herunterladen soll, um den dann mit der Version zu vergleichen. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier auf 1.0.1 geändert und haben jetzt aber logischerweise noch vor dem Debugging die alte Exe auf unserem Dropbox-Account liegen. Somit müssen wir jetzt in den Ordner die Exe aus dem Debug-Ordner kopieren und dann demnach, naja, ich hatte es ja schon offen, hier einfügen. Somit ist ja die neuere Exe dann hier drin von der Version 1.0.1. Und damit er das dann auch downlädt, müssen wir dann in der CurrentVersion.txt auch dann das jeweilige Update reinschreiben, das er dann zum Vergleichen nehmen kann. Wenn nämlich dann jetzt ein anderer User, die Version 1.0.0 hat, den startet, der überprüft das und lädt das alles runter, hier die txt-Datei, um zu wissen, welche Version denn aktuell ist, sieht er, aha, das Label, was hier gerade in meinem Programm ist, sagt, dass mein Programm Version 1.0.0 hat, aber die aktuellere Version ist 1.0.1. Somit lädt er das dann runter. Das haben wir dann hier geschrieben. Und so ist das dann richtig. Ein Beispiel wäre, wie ihr gesehen habt, vielleicht vorhin in der Datei, dass mein Bauernsgard.exe Version 1.0.2 momentan hat und hier haben wir jetzt eine Version bzw. die Endzahl 1 weniger. Somit müsste er jetzt melden, dass was Neues verfügbar ist. Bzw. er hat es jetzt, glaube ich, schon einfach runtergeladen. Dafür müsste ich den Ordner aber jetzt erstmal erstellen. So, die dürfte er jetzt eigentlich runtergeladen haben. Und nein, das hat er nicht. Und jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum ich hier String genommen habe und das im Endeffekt erst in einen Integer konvertiert hat. Nämlich, weil ihr logischerweise kein Integer mit einer Information von einem String füllen könnt, denn das lädt ja letztendlich einen String herunter. Aber den könnt ihr ja nicht als Integer deklarieren, deswegen erstmal String. Dann schreibt ihr ganz einfach Version gleich CintVersion. Somit konvertieren wir das zeitweilig in ein Integer, sodass es geht. Und jetzt dürfte es dann auch zu 100% funktioniert haben. Naja, dafür, dass es funktioniert, sollten wir das vielleicht dann auch mal aufrufen, diese beiden Funktionen. Wie ihr seht, mache ich das alles live und es mache irgendwie nichts vorher vor, sodass ich das alles perfekt hier habe. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und dafür schreiben wir jetzt ganz einfach TestInternetConnection, dass der erst die Verbindung überprüft während des Lautereignisses und dann letztendlich das Update runterladen soll, beziehungsweise darauf überprüfen soll. So. Jetzt dauert das kurz. Und da haben wir es. Ein Update wurde erkannt und heruntergeladen. Dann öffne ich mal den Ordner. Und da haben wir es. Ist jetzt natürlich an sich nicht richtig, denn ich habe es ja aus dem falschen Ordner-ITC runtergeladen. Aber wie das jetzt funktioniert, sollte klar sein. Das Wichtige an dieser Methode, die ich gezeigt habe, ist, dass ich einen Dropbox-Account benutzt habe, der wesentlich 100-fach kompatibler ist und komfortabler als ein FTP-Server. Denn FTP-Server akzeptieren so und so viele Verbindungen nur gleichzeitig, beziehungsweise so und so viele Verbindungen hintereinander. Und das ist natürlich schlecht, wenn ihr ein wirklich gut laufendes Programm habt und dann drei oder vier Leute auf einmal darauf zugreifen, dann kackt der nämlich schon ab. Bei Dropbox ist das aber nicht der Fall. Kann ich einfach nur jedem empfehlen, der etwas online storen will, also lagern will, wie ich hier meine ganzen Programme. Und, joa, das ist natürlich nicht alles. Noch lange nicht alles. Aber das, wovon die Leute halt Updates beziehen sollen können. Von daher kann ich es euch nur empfehlen, ein Dropbox-Account einzurichten. Darauf kann ich auch kurz nochmal näher eingehen. Um ein Dropbox-Account einzurichten, geht ihr ganz einfach auf dropbox.com. Es geht nicht. Ich freue mich. So. Mein J. Dann benutzt man ganz einfach Google, wenn man zu blöd ist, die Seite zu finden. Oh, es ist sogar eine DE-Domain. Achso. Ich habe zwar kaum eingegeben, aber egal. So, dann seid ihr hier. Dann könnt ihr euch irgendwo hier einen Account anmachen. Anmachen? Naja, egal. Create an Account. Dann erstellt ihr euch hier fleißig einen Account. Die Free-Accounts unterstützen bis zu 2 GB. Können die für euch da speichern. Andernfalls, wenn ihr bezahlt, das weiß ich nicht, weil ich brauche so viel Platz nicht. Dann könnt ihr euch den Klienten hier entweder downloaden oder ganz einfach immer hier rüber darauf zugreifen. Ich empfehle es aber, es zu downloaden. Dann klickt man hier einfach unten im Tray auf Open Dropbox-Folder. Und dann kann man hier immer seine Sachen reinpacken, die man hochladen will. Mache ich jetzt einmal beispielsweise mit irgendeiner Datei. Ich nehme jetzt einfach mal das. Da ist schon klein. Dauert auch nicht lange, es hochzuladen. Dann packt man das hier rein und sieht so einen kleinen Kreis, dass es gerade am Hochladen ist. Und zack, ist es fertig. Und dann kann man sich halt dann hier rüber diesen Link besorgen. Ist halt viel komfortabler, wie schon erwähnt, als ein FTP-Server. So. Gut. Dann hätten wir es soweit und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.